So, und immer weiter drauf, bis einer zumindest platt ist. Wo ist er? Jawoll. Okay, jetzt haben wir ihn. Und den können wir wieder an, nämlich einsammeln. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es überhaupt XP gibt dafür. So, jetzt hast du ausgespielt. Und mich stört auch keiner mehr, den nämlich anzusammeln. Obwohl ich vielleicht eigentlich gar nicht brauche, fährt mal so an. So. Ja, komm. Okay. Deswegen hatte ich hier geguckt, ob das könnte nicht sein, dass einer den brauchen könnte, um die ja zu zaubern. Oh, Mürben. Äh, so. Okay. So, gelber Staub. Gut, bisschen Leben, wir haben ja lieber gewesen. Aber nur gut, man kann ja nicht alles haben. Was man sieht. Hey. So. Ja. Ach, guck an, da ist ja was versteckt. Hey. Das reicht doch mal jetzt hin. Ja. Ja. So. Wenn sie hat, wird sie ja ganz normal. Äh, ist, ist überall auch leblieben. Ja, aber ja. So. Okay. Ach, ne, von hier komme ich ja. Hä? Hä? Äh. Bin ich jetzt nicht irgendwie verlaufen? Oh. Okay. Na gut. Gut. Gut, jetzt bin ich hier. Dann kann ich jetzt, äh, gerade auslaufen. Achso, ne. Aha. Jetzt gehen wir hier runter. Und ich will mich erst mal das Ding hier holen. So. Hua. Ich brauche die Euraune. Hoppa. Ja, Meeresstadt. Einmal die Euraune. Geh mal da drauf. So, Mann. Wo bist du? Ding mal gespannt. Ach, guck an. Nein. Hä? Wieso kann ich die Euraune nicht einsetzen? Was soll denn das denn? Das Scheiß. Ah. So. Äh. Mist, 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 Mist. Oh, ey. Ha, 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 ha. Zehn Euraune mit Euraune besiegen. Na ja. Aber ich muss sagen, das dauert auch ziemlich lange. Ja, wenn jemand ja auch nicht jemand besiegt, ja. Ach, ja, toll. So. Ja, schon sieht's besser aus. Ja, komm. Ich muss sicherlich nicht hier jetzt abwerfen lassen. So, jetzt aber was. Na, komm. Ja, boy. Es braucht aber wirklich sehr, sehr, sehr lange. Ja, komm. So, und dann guck mal gleich mal da. Ach, wo sind hier jetzt die Euronen? Ach, da. So, jawoll, alle 10 Euronen mit Euronen besiegen. Das könnte ja ewig dauern. So. Ah, wer schmeißt denn jetzt die Euronen? So. Verkehrt. So ist das natürlich auch ein Trick. So. Die zweite ist weg. Und jetzt wollen wir uns die nach dir. Wenn sie sich mal aufhört zu drehen. Und jetzt wollen wir uns die nämlich. Machen wir uns in Rot. Jawoll. Jetzt haben wir sie. Und mal sehen. So. 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 Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Die dauert ein bisschen länger, weil, äh, ja, komm. Ja, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass, äh, so, warum ein Baum ist? Ich hau jetzt ab, ja, äh, die interessieren mich jetzt nicht, ja, die reinkommen, wo ist denn, ja, das dauert mir zu lange, jetzt die noch zu besiegen, so. Ach, uh, der Komma. Lämstropfen groß, und jetzt müssten die, äh, Rane wiederkommen. Nö. Komisch. Na gut. So. So. Ach, jetzt kommen wir gleich nicht rein, ja, auf. Äh. Äh. Moment. Hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr zu sein, Schreiber. Okay. Dann flitzen wir bei Rassia, dann brauchen wir die ja nicht zu besiegen. Weil, eigentlich habe ich den ja gar nicht mehr mitgenommen, ihr habt. Aber noch gut. Äh. So. So. Nebensroßbier eingesammelt. Doch, die Aran kommen jetzt. Äh. Da war ja einer reingelaufen. Gut, dann gehen wir unserer Wege wieder. Äh. Mich schworrt Übles. Das ist doch bestimmt nicht alleine, ja. Äh. 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 Da ist der Dress hier, war ein blöder Fisch. Ah. Huch. Verkehrt. Wo ist er? Wo ist er? Ach. Ah. Entschuldigt wenigstens der Kamera, aber ich muss den Fisch hier ausbreiten. Näh? Das ist doch verkehrt. Ah. Näh? Das ist doch verkehrt. Hä? Wo ist der? Huch. Das war auch er nicht. Ah. Ah. Mist. Ja. Denkst du dich auch mal an, du. Ah. Ah. Wenn das so weitergeht, bin ich tot. Das Blöde ist natürlich ein, der keiner mir jetzt neu zeigt. Ah. Ah. Mist. Blöde Tier. Mach dich da ab. Ich will dich nicht mehr... Alter. Nein. Ah. Warte. Ich seh den Laut überhaupt nicht. Ja. 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 Ja toll. Das ist viel zu weit weg. Ja. Das ist viel zu weit weg. Nein. Ah. Mist. Da hat mich doch... Nein. Warum trifft er mich? Ah. Junge. Nee. So. Ja. Ja. Toll. Danke. Ja, es tut mir leid. Sag mal, ich will ja fortfahren. Ne, was ist doch mal heute los hier? Es braucht ja eine Ewigkeit immer hier zum Laden. Ja, es war schon mehr hier ein. Ja, es tut mir leid. Mit der Komma, aber man hat ja gar keine Übersicht hier teilweise. Man verliert so sehr schnell. Muss ja auch gar nicht mehr, wo der war. Das ist ja das Problem. Ach, jetzt will ich den ja auf jeden Fall besiegen. Ach, jetzt. Ach so, halt. Ich nehme mich erst mal mit, ja. Kein alter Babelus. So. So. Ich nehme mich ja auch mit. Ja. Ja. Ich sehe. Schnellabschied. Und. Ja. Ja. Super! Super!